Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es um die Faxfunktion des Reventix Telefonieanschlusses. An der Stelle eine ganz wichtige Besonderheit im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt, haben wir hier eine sehr einfache und komfortable Faxfunktion direkt im Anschluss integriert. An der Stelle möchte ich einfach mal ganz kurz darauf eingehen. Wir haben einmal die Möglichkeit natürlich Faxe zu empfangen. Das geschieht dann in der Regel, indem eine Rufnummer der Faxfunktion zugeordnet wird. Dann empfängt diese einen Fax und versendet das Ganze per E-Mail mit PDF-Anhang, in dem sich dann in PDF-Form halt das Fax befindet. Und jetzt wird es interessant und zwar abgehend Faxe. Da haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, Faxe zu versenden. Möglichkeit Nummer eins ist, wir loggen uns hier im Kundencenter ein und faxen dann einfach mit der Web-to-Fax-Funktion einfach direkt im PDF zum Beispiel an ein beliebiges Fax-Ziel. Und jetzt kommt die interessante Möglichkeit Nummer zwei. Wir können aber auch ganz einfach die Mail-to-Fax-Funktion nutzen. Das heißt, wir versenden aus unserem Outlook zum Beispiel einfach direkt eine E-Mail mit PDF-Anhang an ein bestimmtes Ziel. Und dann wird das automatisiert an die Fax-Gegenstelle, also das Fax-Ziel, dann als Fax versendet. Das ist natürlich aus zwei Aspekten ganz interessant. Auf der einen Seite spart man sich natürlich dann Lizenzen für zum Beispiel den UMS-Server. Auf der anderen Seite muss man sich nicht um Themen wie KPI etc. kümmern. Und als letztes ist das Ganze natürlich auch hier viel einfacher einzurichten. Das heißt, rundum spart man natürlich ganz erheblich viel Geld und auch Zeit. Also ein wirklich sehr, sehr interessanter Aspekt an diesem Produkt hier. Aber ich möchte jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was man damit machen kann, sondern ich möchte es jetzt einfach mal zeigen, wie konfiguriert man das Ganze. In der Konfiguration ist das Ganze nämlich auch sehr einfach. Das heißt, wir loggen uns zuerst hier im Kundencenter ein. Das geht natürlich ganz einfach mit unseren Zugangsdaten. Nachdem wir dann eingeloggt sind, gehen wir einfach links in den Bereich VoIP-Telefonanschluss. Und hier gehen wir in den Bereich Fax-to-Mail. Hier legen wir jetzt erstmal einen Fax-to-Mail-Empfänger an. Das geht, indem wir hier oben auf Fax-to-Mail hinzufügen klicken. Damit wird diese Funktion jetzt hier angelegt. Wir vergeben einmal eine Beschreibung, hier zum Beispiel Fax 1. Das heißt, man kann auch mehrere verschiedene Faxe mit unterschiedlichen E-Mail-Zielen und unterschiedlichen Rufnummern anlegen. Dann vergeben wir die E-Mail. Entscheidend ist hier, dass wir sogar mehrere E-Mails angeben können, an die das Fax dann gesendet wird. Im Anschluss gehen wir hier einfach auf Speichern. Damit wird die Fax-to-Mail-Funktion schon mal grundsätzlich eingerichtet. Als nächstes richten wir hier noch die E-Mail-to-Fax-Funktion ein. Dazu klicken wir in E-Mail-to-Fax. Gehen hier oben auf E-Mail-to-Fax hinzufügen. Hier müssen wir zuerst eine Absender-E-Mail-Adresse angeben. Das heißt, es wird geprüft, von welcher E-Mail-Adresse kommt ein Fax-to-Mail rein, damit auch klar ist, wer hier gerade die Faxe versendet. Das vergebe ich jetzt hier ganz einfach so. Nachdem wir die Mail dann eingegeben haben, haben wir hier noch den Punkt Passwort. Dieses Kennwort wird auch nachher als Schlüssel genutzt, aber dazu später mehr. Dieses sollte natürlich auf der einen Seite komplex sein, auf der anderen Seite sollte man dieses Kennwort natürlich notieren. Zusätzlich kann man hier natürlich noch die Fax-Kennung konfigurieren, also die abgehende Hufnummer und natürlich den Fax-Namen. Das ist natürlich für die Fax-Kopfzeile wichtig, wenn man das benötigt. Als nächstes gehen wir dann auf Speichern und damit wird die E-Mail-to-Fax-Funktion auch vollständig eingerichtet. Jetzt haben wir folgenden Stand. Wir haben eine funktionierende E-Mail-to-Fax-Funktion. Die Fax-to-Mail-Funktion funktioniert natürlich noch nicht. Also das heißt, die Funktion funktioniert zwar, aber es kommt natürlich noch kein Anruf auf der Fax-to-Mail-Funktion an. Dazu gehen wir jetzt in den Bereich Anrufverteilung. Wir wählen dann eine unserer Rufnummern des VoIP-Anschlusses aus, zum Beispiel hier die unterste. Aber das kann man natürlich dann nach eigenem Belieben machen. Dann sehen wir hier oben nochmal die Rufnummer. Wählen dann das Ziel aus. In dem Fall ist das dann Fax-to-Mail und wählen jetzt eine der konfigurierten Fax-to-Mail-Einträge aus. In dem Fall war das jetzt Fax 1. Dann gehen wir auf Speichern und damit ist das Ganze konfiguriert. Das heißt, hier diese Rufnummer unten wird jetzt automatisiert auf die Fax-to-Mail-Funktion geleitet, die dann das Fax empfängt und dieses dann per E-Mail in PDF-Form an das eingerichtete Ziel weiterleitet. Abgehend funktioniert das Ganze, wie gesagt, dann einfach mit der E-Mail-to-Fax-Funktion oder der Webfax-Funktion. Das ist hier diese Funktion Web-to-Fax. Man kann mal gerade draufklicken und hier kann man dann einfach den Empfänger eingeben, also die Zielrufnummer. Man kann diese Rufnummern dann hier wahlweise ganz normal mit zum Beispiel 069 und so weiter eingeben oder im kanonischen Format. Also plus 4969 zum Beispiel. Dann auch wieder PDF hochladen und das Ganze absenden. Also das sind die Möglichkeiten. Bei der E-Mail-to-Fax-Funktion funktioniert das Ganze dann folgendermaßen mit dem Fax-Versand. Wir wählen einmal die eingerichtete E-Mail-Adresse ein als gehende E-Mail. Also das heißt, wir müssen über diese E-Mail, die wir hier hinterlegt haben, natürlich abgehend versenden. Im Betreff geben wir den Schlüssel ein. Das heißt, dieser ist hier natürlich dann sehr wichtig. Das heißt, ist der Schlüssel falsch, funktioniert das Ganze logischerweise nicht. Und als Ziel wählen wir jetzt folgendes aus. Die Zielrufnummer, ich gebe jetzt einfach mal eine beliebige Rufnummer ein. at fax.zipbase.de Zusätzlich müssen wir natürlich noch eine Datei anfügen, nämlich in dem Fall dann die Datei, die wir faxen möchten. Zum Beispiel hier die Datei Testfax. Diese Textdatei muss in PDF-Form angehängt werden. Im Anschluss geht man dann hier einfach auf Senden und damit wird das Fax an die hier eingetragene Zielrufnummer übermittelt. Das Ganze funktioniert also super einfach und ist leicht verständlich. Wie gesehen ist das Ganze über den Reventex-Anschluss sehr gut realisierbar. Wie sieht das Ganze bei Preisen aus? Die Übertragung wird ganz normal abgerechnet, wie halt die Verbindungspreise sind, mit einem Aufschlag von 20%. Das liegt einfach daran, dass es sich um eine Datenübertragung handelt. Die Preise können natürlich ganz normal nachvollzogen werden, hier im Bereich Verbindungspreise. Und hier kann man dann sogar, wenn man möchte, die Zielrufnummer eingeben und die Preise sich ausrechnen lassen. Man kann natürlich auch mit Budgets arbeiten, also von daher ist das Ganze natürlich variabel. Wie gesehen kann man mit dieser Fax-Funktion, die der Reventex-Anschluss bereitstellt, eigentlich problemlos ein kleineres Unified Messaging-System ersetzen und spart sich dann den Aufwand. Ich denke mal, das ist auch sehr interessant für all diejenigen, die eine TK-Anlage haben oder eine TK-Anlage migriert haben, wo keine Fax-to-Mail-Funktion vorhanden ist oder es vielleicht Probleme mit dem Fax gibt. Dann kann man, wie gesagt, eigentlich problemlos hingehen und sich hier zum Beispiel bei Reventex einen Anschluss holen, also einen Telefonanschluss zum Beispiel, und dann hier über die Fax-Funktion des Reventex-Anschlusses nutzen. Damit sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.